Hälfte, 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 Hälfte Falls ihr Nadine Stuckbitter sehen wollt, folgt mir Äh ne, find ich nicht so geil Oh, sind hier viele Drohnen, oh Oh, lass die Drohnen in Ruhe Lass die Drohnen in Ruhe Oh, die Drohnen Oh, hier gibt es so viele Punkte Gebt ab, oh mein Gott Und ich runter mit einem normalen Oppressor Pass auf, Junge, ich hab dich gleich Er ist rausgesprungen, oh mein Gott Er dreht sich Ich lauere ihm auf mit dem Oppressor Und zack Oh mein Gott, war das knapp Wie im Actionfilm, das musste ich ja fast klippen Nein, was ist passiert? Junge, du kannst, das glaube ich mir nicht So ist es mir noch nie passiert, ohne Witz Das glaube ich dir auch nicht Oh mein Gott Was geht jetzt, was geht jetzt ab? Er hat mich schon zweimal gekillt Wie kann er mich schon zweimal gekillt haben? Das verstehe ich nicht Mein Gott, meine Waffe hat nur noch 14 Schuss Junge, hätte ich ihn jetzt geholt Dann wäre mir anstatt ein Penis Nochmal ein Vagina dazugewachsen Äh, schnell hier drauf Zum Glück ist er lahm Er ist vom Radar verschwunden Die sind hinter dem Die sind Der steht hier Ich lasse die Bombe platzen Er ist tot Oh mein Gott, die haben beide gekillt Oh mein Gott Klippen, klippen Digga, bist du zu behindert, um zu rennen, oder was? Digga, dieser Neuer Ich bin ein Pisse Ja bitte geh einfach Es ist einfach ein 11er, Digga Es ist das Nies Digga, der Ski riecht so gekauft eh Nur im Tod Viel Spaß beim Höses slecken Ich hab das Auto mit der Extrasnap abgeschossen Alter, oh mein Gott Was ein geiler Clip Oh mein Gott, jetzt zieh ich aufs Auto raus Ist der langer Da hab ich ihn umgehauen, jetzt liegt er da hinten drin Bestellt, die kostet einfach 500 Euro Ich hab eine Pizza mit Scheidenpilzen, Schamhaaren und Eiter bestellt Ist der Speziale Speziale Ist die Krake, ist die Krake, ist die Krake Mein Gott, oh mein Gott, was passiert hier Was passiert hier? Ja, die Kino Hilfe Alter, was machst du denn? Alter Ich helf dir, ich helf dir mal aus deiner Situation Pass auf, weg da, weg da, ich muss scheißen Weg da, weg da, weg da Oh mein Gott, du musst scheißen, Willy, bitte Ich muss gleich erstmal eine Pizza bestellen Senna oder dem Königseck oder so Aua, jetzt hab ich mir einen Sack gezwickt Aua 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 Der ist glaube ich was Der ist glaube ich was Und hat sich voll den Roden abgeschnitten, sodass er uns das nicht sagen konnte Ach so So gesehen, die Transplantation an die Stirn dann sozusagen zum eigenen Roden Ja Er wollte es an sich schon mal üben für U-Welt Also dass er, dass er mal vom Arzt gefistet wurde Ich weiß nicht Ja, das weiß ich auch nicht Ich weiß auch, dass er mal im Religionsunterricht in Ethik erzählt hat, dass er beschnitten wurde Im Schlafzimmer seiner Eltern Da kommt die, da kommt die ganze Hey Niklas, du dickes Kind, sag auch mal was Der wurde ja gerade von seiner Mutter gerufen Echt? Oh Mann, du, da hab ich das nicht gehört Was? Neeeeeeeg Moment, wart kurz Ich komm sofort Geh mit deiner Kack Drohne weg, Luca Das bin ich mal ich, aber ok Ich hätt, ich hätt keiner ne Drohne Weil wir spiel nämlich gerade eben diese neue Hack Mission Alter Alter 6 7 8 8 9 Aus Wieso ist das heute so leise? Ich weiß nicht Oh mein Gott Oh Mann, seht's los Huah, raus Fört in euch Fört in mich rausspringen Ha! Also so wie deinem Penis Verkrustet So wie deinem Penis Verkrustet Aber alle schnell durchgeschott Ok, gut hoffe ich hat das der Felix auch gemacht Wieso? Ja Christy hat bei mir gepennt Ach so Ich hab gestern noch gefragt ob die bei dir pennt und du Nöööööööööööööööööööööö. Dann hab ich mir absolut Nein gesagt. Das war mir eigentlich so klar. Ich war grad äh... Hast Du die durchgepoppt oder was? JA MANN! Okay. Nicht. Ich hab ne neuen Damen für mein zukünftiges Kind. Nein, Sirup. Sirup. Was für Duschen? Boah, muss ich aber bewegen, ey. Geh ich einfach mal von rechts nach links mit nem Pio-Rolle da drüber und dann geht das schon. Ist ganz sehr langer. Pass mal auf, steck mal nochmal ein. Der schießt auf dich, Luca, der schießt auf dich. Hilfe! Steig doch einfach ein, du Fotze. Hä? Hä? Du darfst dich gedrückt halten. Gott gelockte Türkenfonse. Ja, der steigt nicht dahin, dann verpiss dich. Fick dich. Danke auf Beuren, das war auch schon, also. Weiß ich nicht. Das ist so eklig, man. Würde die mir einen lutschen, Junge, da hätte ich ein Kilo Eichelkäse danach. Eichelkäse. 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 Die hat so krass Zählis. Ich glaub, die hat Tripper. Und Casis Mutter. Ich will gar nicht wissen, was das für Soße auf den Sandwiches ist. Das ist die selbstgemachte. Das ist die Spezialsoße mit dem Geheimrezept. Das ist das ja alles. Die stellen bestimmt Dildos her. Das ist ein Bruder von Penis. Aus echt Penishaut. Wie kann denn das sein, ohne Witz? Wie kann denn das sein, dass ihr ein Millileben hat, und ich ihn nicht killen kann? Ich glaub ich mir höchstens Edelstahl, Dildo mit Vibrationsfunktion. Pass auf. Also müssen wir noch ein Laster ranrufen. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Natürlich kann ich da nicht drüber fahren, was ist denn das für eine Scheiße hier. Hau, hau mal da auch noch. Innenseite, Innenseite. Warte mal jetzt, warte, warte, warte. Tür zu, Tür zu. Niklas mag ich schon nochmal Musik irgendwie anmachen. Ich muss glaube ich nachher, oder was sagst du zu meinen Felgen, aber ich glaube ich muss die nachher nochmal ändern. Lange mal mal schnell Musik anmachen. Ich weiß nicht, mir gefallen, irgendwie schon seit längerem, fast nur die Felgen, die ich auf meinem Auto drauf habe. so warte, ich muss da schnell hier... Leuchtfuck den Scheiß. Ach, das ist gut, Matt. Netsam. Das ist glaube ich fast mein Liebling, ich sehe schon AC DC geworden. Kommt, zieh. Da geht mal was, da geht mal was, da geht mal was. Da geht mal was, da geht mal was. Oh, der holt auch den... ...letzten Porsche. Jetzt muss Banane-Eis machen. Jawoll. Banane-Eis, Banane-Eis, Banane-Eis. Fick dich! Ne Mayonnaise. Aber doch, merkt ihr, Fotzen, Schleim und Eichel-Käse macht einen guten Mayonnaise. Ich mach dich gleich mal lächerlich, weil du tust jedes Lied ins lächerliche Team, dem du mitziehst. Du bist der? Ja, komm. Ja. Alter! Hahahaha. 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 Ich schätze auf wieder Dabu, bevor ich stande, der ist. So hier nur läster anrufen, Alter. Jo, Alter! Was ist jetzt denn? Luca, du Arschloch. Du blöde Sau. Das Gehirn rein. Also komm, Felix, auf geht's. Er steht mit der abgesägte Schrotflinte da. Na, Alter. Kannst du ja jetzt nicht bringen, hier. Er liegt am Boden? Ja, Luca, ganz ehrlich. Fick dich doch! Was ist denn das? Ja, Luca, lass doch. Junge, lass doch einen. Alter, was hat die Erde? Schieb dir doch deine Brunnen sonst... Habe ich schon, habe ich schon tatsächlich. Ich hab alle geholfen. Das ist nicht so einfach immer geholfen. Ich hab alle geholfen. Warte.